Serienmeister, St. Pölten, das wissen wir, spätestens auch dank dir, nur einmal zuletzt ja den Titel in die Höhe gestemmt. Gibt es da auch, so wie es bei den Herren den Vorschlag gegeben hat, der dann auch umgesetzt worden ist, um die Liga spannender zu machen, Ideen bei der Frauenbundesliga, Stichwort neue Struktur in der Meisterschaft, ich glaube, da gibt es ja zumindest Überlegungen diesbezüglich. Auf jeden Fall, man muss ja sagen, da waren natürlich schon Überlegungen, bevor ich jetzt Ligenmanagerin geworden bin, ist so angedacht, dass 2024, 2025, gerne korrigieren, wenn irgendwas nicht passt, ja, Formatänderung ansteht, soll dann sehr analog der Herrenbundesliga eben nach einem Grunddurchgang auch in ein oberes und unteres Playoff geteilt werden. Davor gibt es noch eine Punktehalbierung und dann, dadurch, dass wir zehn Mannschaften in der Admiralfrauenbundesliga haben, ist es angedacht, ein oberes Playoff mit sechs Mannschaften. Unterunteres mit vier und dadurch erhofft man, ich meine, einerseits gibt es mehr Spiele, das ist natürlich, ja, cool für die Frauen, für die Mädels, andererseits aber auch für die Sichtbarkeit und die Attraktivität und dann hofft man natürlich, dass ganz, ganz lang oben spannend ist im Meisterschaftsrennen, aber auch unten der Abstiegskampf einfach ganz lange offen bleibt und ich glaube, ja, dahingehend ist so eine Formatänderung, ja, wirklich sinnvoll.